Jeder weiß, wie es bei Morgan Schneiderlin aussieht. Ich verstehe den Spieler. Wenn du die Chance hast, zu einem großen Klub zu wechseln, kann ich das nachvollziehen. Ich hoffe bloß, dass wenn es zu einem Geschäft kommt, es schnell passiert, denn das ist das Beste für uns und den Spieler. Wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten und das tun, was wir tun müssen, wenn wir den Spieler verkaufen. Vor zwei Wochen haben wir ein Angebot von Manchester United bekommen, aber das war einfach nicht gut genug. Seitdem gab es keine weiteren Offerten. Jeder weiß um seine Situation, aber es ist wichtig, dass er eine gute Vorbereitung hat. Wir werden sehen, was in den kommenden Tagen passiert.